Wer bei der EC Fischer AG einkauft, taucht ein in eine andere Welt. Das Grosshandelsunternehmen beliefert Geschäftskunden wie Floristen, Hotels oder Boutiquen mit inspirierenden Dekorationsartikeln. Das Erfolgsrezept, erklärt Philipp Jäckli, beruht nicht bloß auf dem vielfältigen Sortiment. USP ist grundsätzlich, dass wir die Anbieter sind, der der beste Online-Shop hat in der Branche. Wir treten den Omnichannel auf, das heisst der Kunde hat die Wahl, mit dem Aussendienst, mit dem Online-Shop, mit Cash & Carry Märten, Telefonverkauf usw. mit uns in Kontakt tritt und kann die Sachen auch miteinander mixen, das heisst er ist nicht auf den einzelnen Kanal gebunden. Für die Kunden zwar eine tolle Sache, aber eine Herausforderung für die IT. Darum braucht man bei der EC Fischer AG ein System, das die verschiedenen Daten mit den innerbetrieblichen Prozessen verknüpfen kann. Seit 2005 ist OPAC Enterprise Software die gemeinsame Plattform für das ganze Unternehmen. Vom Einkauf über Offerterstellung, Verkauf, ganze Lager, ganze Aussendienste an der Messe sind eigentlich alle Arbeitsprozesse bei uns unterstützt. Für Ihre Kunden ist der EC Fischer AG kein Weg zu weit. Zum Omnichannel-Konzept gehört auch die mobile Kundenbetreuung. Ob auf Messe oder direkt vor Ort bei den Kunden, das mobile ERP von OPAC ist immer dabei. So können jederzeit Lagerbestände abgefragt oder Bestellungen erfasst werden. Transparenz ist dabei das A und O. Der grösste Nutzen liegt in der Transparenz. Einerseits Transparenz für den Prozess, andererseits Transparenz für die Zahlen, wo es der Geschäftsleitung ermöglicht, die richtigen Entscheid zu fällen. Einen richtigen Entscheid, das steht für die EC Fischer AG fest, hat mir mit OPAC gefällt. Zwar dreht sich beim Unternehmen alles ums Verschönern, aber in Sachen ERP hat man dann doch lieber ein System, das mehr ist als bloß Dekoration. 있 2 2 k f f f Bis zum nächsten Mal.